Hoher Besuch am Donnerstag in der Kinderspielstadt Burzelbach. Kein geringerer als Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck hatte sich angekündigt, um sich einmal mit seinen jungen Amtskollegen auszutauschen. Anlass war das Burzelbacher Stadtfest, wo ausnahmsweise auch Erwachsene mit dabei sein durften, was in der Kinderspielstadt ansonsten ein No-Go ist. Burzelbach ist ein Ferienangebot in der Nähe des Bildungszentrums Nord in Rommelsbach, bei dem Kinder ihre eigene Stadt gestalten und verwalten. Dieses Jahr läuft das Konzept der Kinderspielstadt bereits zum 25. Mal.